Loppersum Loppersum Loppersum, ein kleiner, ruhiger Ort im Osten der Gemeinde Hinte. Das erste Mal wurde Loppersum 1379 als Loppersum erwähnt. Loppersum war der Häuptlingssitz der Alenas. Okko Tombrok besiegte Volkmar Alena 1379 in der Schlacht bei Loppersum. Wo früher einmal die Burg stand, steht heute das Herrenhaus der Freses. Ganz in der Nähe befindet sich die evangelisch reformierte Kirchengemeinde. Der Glockenturm ist freistehend und wurde um 1300 erbaut. Die drei Glocken sind auf drei unterschiedliche Jahreszahlen datiert, 1411, 1793 und 1965. Die Stundenglocke Maria ist aus dem Jahr 1454. Im 14. Jahrhundert stand hier das erste gotische Kirchengebäude. 1866 wurde die Einraumkirche durch die heutige ersetzt. Durch Loppersum zieht sich das Knox da tief. Im Nordosten liegt der Sportverein WT Loppersum inklusive Fußballplatz. Direkt daneben befindet sich der Schützenverein. Im Hinterhof kann in der Area 52 Paintball gespielt werden. Heute leben in Loppersum rund 1400 Menschen. Die Stundenglocke Maria ist in der Nähe. Die Stundenglocke Maria ist in der Nähe. Die Stundenglocke Maria ist in der Nähe. Die Stundenglocke Maria ist in der Nähe.